Nein Baby, alles gut. Also heute Abend komme ich zu dir und wir schauen wirklich einen Film an, ok? Wie geht es dir? Boah, schimm mal dein Leben, Mann! Statt, ich meine Cello-Leben! Boah, kaum daheim gleich so ein Stress, Mann! Sлушай, Glaubenja, jetzt habe ich dir gesagt, dass du dir in der Küche eine Worte bekommst, dann kriegst du die Worte! Ja, Mann, vergessen, ich kann ja mal was machen, bleib mal locker, hey! Vergessen, aber normal noch vergessen, dass wir mobilen, wir pumpen, und wir sind nur genetiv, glaube ich! Besser Frauen im Kopf als nichts im Kopf! Puuuuh! Mopanches, die Männer, nicht so aus, ja, Baba! Endlich bekommst du auch mal Ärger, hehehehe! Hey du Hexe, hat jemand die Null gewählt, Mann! Hey du Banane, du möchtest gern Popeye, geh einkaufen, hehehehe! Hey du Hexe, steig auf dein Wesen und flieg zu deinem Freund! Hey Freund! Ich bin doch schon ruhig! Ja, ich bin doch schon ruhig! Ja, hallo Nachbar! Oh, komm, Schia! Was ist denn für ein Streit hier? Nein, nein, diese nix Streit machen, diese normalen Sprecken! Hey du Lauch, was willst du eigentlich, Mann? Also Freundchen, so nicht! Schuhe, ich will nicht, wenn du siehst, dass du siehst. Ja, nee, Mann, so ein Fisch steckt seine Nase überall rein, Mann! Sie schaut nach oben, Mann! Also Nachbar, dieser Junge hat keine Manieren! Ja, Entschuldigung, du geh hoch, deine Hilti-Wertigus! Heute guck, wo du, ich hast deine Tasche! Ja, ich geh doch, Mann! Boah! Was ist das? Du hast deine Ohne Taschen! Hallo, lass! Boah, geht's eigentlich noch, Mann! Man, du, Brunay, wie Schetebilo! Baba, nimm doch einfach Kaisch! Heheheheh!